Schuss auf Dommer. Ja, 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 sehen. Einer, rote Armbinden. Osten. Ich hab nur den Kopf gesehen. Geh mal hier! Kommt raus, kommt raus! Mann, Leute! Wie ist das nicht, wenn wir zuerst oben sind? Stariaaa! Ja. Mori mit der Dreiviertelhose. Ist hier Sommer ausgebrochen? Ja, es ist Sommer. Dreiviertelhose, Hotpants. Und der Hotpants? Wer hat denn da Hotpants an? Und kein... und kein T-Shirt. Moritz, ich weiß schon genau, wo wir auf die Gegners warten. Am Map ran. Ja, genau. Das macht sogar wirklich Sinn jetzt. Am Map ran. Morg. Ne, da guck mal, du kannst auf das Jamaika-Haus da klettern. Wo? In diesem Haus-Compound da. Ich geh eben pissen. Ja, ja. Hey, ich seh, ich seh N-Wat, die kommen östlich von der Straße. Östlich von der Straße. Da laufen noch welche vor uns, oder? Drei, das ist der dritte, der hat sich geduckt. Vier. Fünf. Da ist gerade noch ein Fünster gelaufen. Lass sie vorbeiziehen, wir schießen denen von hier vorne in den Rücken. Die weg sind. Wo sind die? Laufen nach Westen. Osten an der Straße. Laufen auf der Straße. Südlich der Straße in den Westen. Okay. Da ist N-Wat gelbe Armbinden. Ich seh es sogar. Ja, wir müssen jetzt von hinten ein bisschen... Wir müssen jetzt massiv... Ey, ist Gas geben. Kann einer schießen, soll ich? Ja. Ja, ja, klar. Schön, hast gehittet. Ist der umgekippt? Scheiße, er hat sich... Er ist getroffen, aber er ist weggelaufen. Die sind jetzt hinten am nächsten Wald schon der erste. Übern Maprand-Zirkel, übern Maprand... Also nicht Maprand, aber übern Norden-Zirkel. Okay. Ich komme zurück. Ein N-Wack läuft direkt vor mir hier. Rechts. Wenn ankommen, wenn ankommen. Zwei Ruhr, zwei Ruhr. Ja, ich bin tot. Zirkel vom Norden in den Westen. Hat auch Werte in der Linie über. Zweimal. Der muss auf jeden Fall... Der muss auf jeden Fall eine... Eine von den Platten anhaben, die ich anhaben, weil der hat einen N-300-Schuss rechenkt. Ich seh nur Feuerwehr-Zombies. Ganz viele. Ich seh auch nix. N-Wack vor mir, 20 Meter vor mir. Ja, rechts von uns, rechts von uns. Komm, ich komm. Moritz, ich komm zu dir. Oh, ich seh wieder was. Die kommen zur Hütte. Die sind jetzt... Dupp dich mal, dupp dich mal. Die sind direkt gegenüber hier. Ah, ja. Warte, die sind genau gegenüber. Hinter der Hütte jetzt. Von uns aus, von Moritz aus. Alter, der steht direkt vor mir, Alter. Ich bin ankern. Ich hab ihn genockt. Guck mal bitte in meine Richtung. Komm's hier weg. Komm zur Hütte. Komm zur Hütte. Komm zur Hütte. Bist du? Ganz hinten dran. Hinter dem Compound? Kein jeder von dir aus. Ah, hier ist ein Zombie? Komm mal hier in den Compound rein und komm mal hier hinter die Hütte. Die sind hinten dran. Die sind hinten dran. Was ist hinten dran? Louis, ich hab deine Position, wie du gerade warst, abgescoped. Siehst du mich? Percy? Ja, ja. Ja, mein Rücken. Ja, ich seh deinen Rücken. Deinen Rücken seh ich auch. Die sind direkt vor uns. Juhu. An der Kante. Also nochmal 80 Meter weit auch. Wie viele waren da? Ich hab zwei Leute gesehen. Das war auf jeden Fall nicht der, der auf mich geschossen hat. Oder den ich vorher gesehen hab, Kaneda. Es war ein anderer. Ich würd hier die kurz supporten. Das ist ganz guter Enkel. Kannst du lieber in die Coole, wo Louis war? Ja, ich komm mit dir. Statscht Hartmann. Da war noch einer, Dumme. Ich glaub der war weiter Richtung... Richtung Dingels. Ich hab ein Waffen nicht gedacht. Ja doch, Moritz, lass rechts rum. Lass rechts rum. Wir sind ein Hütten Compound weiter als ihr. Wir sehen halt hier gar nichts. Ich wär sogar dafür, dass wir eins weiter vorgehen Richtung Hexenhaus. Komm mal, ich seh einen, ich seh einen. Wo? Wo? Im Osten, ne? Ich hab einen drüben gehittet auf der anderen Seite. Das heißt Osten, ne? Am Haus, am Haus, da vorne. Mit dem alten Compound. Okay, Moritz, lass mal umlaufen Richtung Maprand. Kann ich hier einen toll Person geilen? Komm, ich komm gucken. Oben am Maprand ist einer, ganz hinten. Ganz hinten, okay. Rechts oder links, man? Ja, ja, ihr seht. Einer, rote Arm binden. Osten, Westen. Osten, Osten. Ach geschossen. Ah. Wollte ja grad sagen, lass mal warten. Ist er down? Nein, 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 nein. Wo ist der? Der ist da hinten weggelaufen. Nach hinten? Ja, my bad. Ich dachte, ich wär drauf. Oh. Fuck. Wir kamen aus dem Osten. Schüsse? Haben Schüsse bekommen. Bin tot, bin tot, bin tot. Aus dem Osten? Total? Äh. Ja. Also vom Maprand? Ja, ja, ja. Ja, lauf mal komplett zurück. Vielleicht laufen wir auch zurück. Ja, wollen wir. Lass das zu denen laufen. Lass zu denen laufen. Lass den Compound laufen, wo wir die, wo wir den Envak gekillt haben. Wollen wir, wollen wir weiter, dass wir den gucken. Äh. Leon wieder da? Ja, wenn du auch. Da ist bald jemand an die Kiste rennt. Okay, dann bitte alle zusammen. Wir sind alle hier. Wir sind zu fünft hier. Ja, alle zusammen und los. Lauf direkt vor zu dem anderen Compound. Komm direkt mit. Wir hocken wahrscheinlich in dem anderen Compound gegenüber. Ja, ja. Genau da oben. Ich mach das Feuer aus, oder? Schuss vom Osten. Ostlicher Compound. Compound. Ja. Hast du was gesehen im Compound? Oh, ich werd beschossen. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ja, ja, ja. Versuch, versuch irgendwie durch das Kaffee da vielleicht zu uns zu kommen. Wir haben ja halt keinen Highgrund. Zombies laufen. Zombies laufen da auf der anderen Seite. Gucken wir mal, wo sie hinlaufen. Wir sind gegenüber, wo du den Typen angeprägt hast vor uns. Schuss auf Dome. Jo, auf mich. Wollen wir hintenrum wieder weg über Norden. Auf Partei seine Position? Würde ich sagen. Weil das Plumpsklo ist. Nuk-Tür. Granate. Das ist gut, Leute. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das war vielleicht sogar ein Schalteprozy, denke ich. Möglich. Oh, ja. Ja. Stimmt. 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 Hast recht. Stimmt. Nochmal. Ja. Die andere Straßenseite zu den Felsen rüber. Cross die Straße. Ich cross auch. Ich cross die Straße auch. Cross jetzt auch die Straße. Ja, so. Ja, dann lasst er uns hier uns vorarbeiten. Felsen nimmer als Cover nehmen. Ich seh was, ich seh was. Vor uns die Steinkante. Ein Spieler. Ich seh ihn auch. Ich seh ihn auch. Ja, mach, mach, mach. Lightcarrier. Ich seh ihn grad nicht mehr. Ich seh ihn grad nicht mehr. Ich hab silenced auch. Warte, warte, warte. Ich hab M300. Seh ihn auch nicht mehr. Ja, er läuft rechts hoch. Ja, direkt vor uns ist noch jemand. Die encagen sich gegenseitig. Vor uns ist N-Wack. Ja, dann lass den hinten dran. Unten ist rote Armbände. Vor uns ist N-Wack. Ich geh raus und lauf. Bist du hinter mir? Ich lauf auch rein. Ja. Ich geh raus und lauf rein. Ja, lauf auch rein. Komm vom Laden. Ich steh ihn nicht mehr. Waren die im Wald? Schüsse, Schüsse. Die beschießen sich. Ja. Die sind ja an der Felskante vor uns. Wie weit? Sag mal 50, 100. 100, 100 ungefähr. Einer dead, einer dead. Dann lass uns doch hier vorne zum nächsten Kante gehen. Vorpushen zu Arnetto. Da sind sie besser. Ja. Ich glaub, ich seh einen. Ja, N-Wack hinten am Stein. Daneben geschossen. Ist hier unten N-Wack. 200 Meter. Warte mal. Warte mal, wenn er stehen bleibt. Baller ich weg. Wo, 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 wo? Unten an der Straße. An der Straße. Der Dreckstraße mit dem Wald. Unter der Felskrippe. Oder was? Direkt unter uns, diese Hauptstraße. Ich geh weiter zurück, dass ich seh. Leon, lass mal zurück ein bisschen. Da umläuft einer. Okay. N-Wack. Wir müssen uns jetzt mal hier in unserem Spot suchen. An den Stein. Wir laufen noch ein Stück zurück. Mal kurz. Hier auch ein Stück weiter vor. Hier hinter dem Stein, oder? Ist das Kaneda? Kaneda, bist du hinterm großen Stein? Ja, warm finde ich. Ja, ich hab nur den Kopf gesehen. Lieber hier. Ist down, hab ihn, hab ihn. Hast du? Ist down, ist down. Egal, trotzdem noch einer dahin. Wir kommen zurück, wir kommen zurück. Auto. Bleib hier. Und kommt ein Auto. No oil. Das ist, glaub ich, Moritz. Bin ich. Ist aufs Taxi geschossen. Attendo, du meinst vor uns. Hast du noch einen N-Wack gesehen? Ja, ja, links an den Felsen. Okay. Wir sind in der Überzahl. Ja, N-Wack läuft auf die Hütte zu. Ist in die Hütte rein. Ja, er läuft raus. Hits, hits, hits. Scheißhauser. Ja, der andere ist am Haus. Der andere ist auch am Haus. Läuft links. In dem, in dem Haus drinne, glaub ich. In dem schwarzen. Ja, ja, ich muss aber auf den aufpassen, der noch hinten am Hügel sitzt. Gasgranate. Meine, meine. Ja, hier, guck mal da vorne, an der... Ja, ich seh einen, Reds. Ganz links, ganz links am Felsen. Ja, den bitte mal Blick behalten. Ja. Ich bin rechts von euch im Wald, Boys. Vom Haus, vom Haus, vom Haus. Halt mich. Ja. Vom Compound-Haus. Vom Compound-Haus. Vom Compound-Haus. Sieht mal Hosen aus oder so. Könnt ihr ihm ne Srog reinwerfen. Oh, woher? Ja. Links verloren. Draußen-Westen. Von den Stein in der Ecke. Ja, ja, hinten. Läuft weg. Steine, Steine läuft weg. Richtung Hexenhaus. Links vom Hexenhaus. Ja, das war richtig. Vom Haus, kommt raus, kommt raus. Dann läutere. Ist tot. Ist tot schon. Schuss auf mich. Ich bin unconscious. Aus dem Haus. Aus dem Haus. Doppelweg. Ist immer noch einer drin. Kann man da aber halt scheiße nur hochpushen. Hast du Granaten dabei? Ja, Pox. Easy. Da liegt einer. No. Warte, ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Wo ist der? Ist da. Und hinter dem Haus. War er das bleib? Unwahrscheinlich, aber möglich ist es. Okay, ist jetzt tot. Der ist immer noch oben. Der ist immer noch oben. Der Fanat, der Fanat ist sehr fein. Der Fanat. Ist da zu krassen, ich bin hier. kommt raus er ist draußen oder nicht er ist hinten raus Richtung Hang hat nen Hit hat nen Hit Richtung Süden mit Dot anbinden oder hat jemand von euch gerade nen Hit kassiert ich hab mit kassiert okay dann hab ich dich dann Zoppel GG Arm mitten aus Arm mitten aus ja ich bin Gilly hinter euch jetzt hinter euch ja ok dann bist du das ich hab auf dich geschossen gerade ich dachte er wäre was ich muss mich verbinden haben wir den jetzt oder was Zoppel hat GG geschrieben also wenn hier noch einer von denen ist ich hab mit ich hab mit ich hab mit